Als Fokusnehmer muss ich mal Sachen erhalten, ich habe mir jetzt wieder selber meine Sachen angehört. Alleine hier, bitte. Ja, so, dann war so. So, ich will auch bedanken, dass wir uns endlich auch eingeladen haben. Ich wünsche Ihnen alle Besuchungen, alle willkommen und Freude. Hoffentlich schmeckt das Essen. Und ich wünsche auch viel Gewinn, hat jeder vergessen. Bitte haben die alle gesagt, aber über Gewinn haben die nicht gesprochen. Gewinn brauchen wir, Moschee brauchen wir. Ja, ich würde mich bedanken. Dankeschön, ich bin einig. Das Programm geht weiter.